Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Badwars auf Gomme mit den lieben Oskar und Aulenthalo. Einfach so, mein Rekord ist auf dieser Map 5 Minuten, ähm, Bromzen und jetzt ganz schnell Blöcken in die Mitte bauen, nicht andere machen. Denkst du, was ich vorhabe? Oh, die, 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 die Maps sind, also die ist irgendwie klein. Ja, ja, die ist kleiner, aber fein, mal. Oh, Mann. So, Alter, wie weit ist denn das noch? Kannst du gucken oder so? Ja, die erste... Das ist ja nicht wieder schon da. What the fuck? Na, weil, klar, so eine Kanackensohn hier wieder. So ein kleiner Wichser, ey, sich freut. Das ist einfach knapp. Muss den Weg, weil der da abgebaut, sorry. Das ging mir anders mehr. Ich habe mich ganz im Moment voll mit Spitzachen. Das ist die Sturmwaffeltaktik, weil ich nur gesagt habe. Ach, Junge. Ich habe den Weg gebaut mit Liebe und du machst ihn kaputt. Ja, weil dein Typ kam, die kannste nicht zum Abwehren. Oh, Mann, ey. Jetzt kann ich den ganzen Wichs weggehen. Mann. Wichs das ankotzt. An-an-regt. So ein Kanackensohn hier wieder. Ich bin ein Schlag schon, Alter. Welches Team wurde jetzt ausgewichst? Ich habe keine Ahnung. Ja, ey, ah, tut ein Glück, da ist dieser komische Schlampe. Diesen Pisser, Alter. Wieso kann der mit, äh, Hand besser hitten als, äh, ich mit Spitzhacker? Lauf doch, du Pisser. Oh, der ist noch runtergefallen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich brauche jetzt Hilfe. Ich bin in der Mitte. Ich bin sowieso gleich im Arsch. Ich habe kaum neue Lehm, aber... Schill mal. Nein. Hilfe, gelb. Gelb kommt, gelb kommt. Fuck, ey. Dreckskind. Hilfe. Hilfe, Jan. Hey, der hat Knockback, wa? Jo, hat er... Lol. Kommt noch einer, wa? Ey, der hat Knockback, der kleine Spast. Nee, ey. Jan, hier, ich habe dir immer ganz schön ein Schwert gemacht. Kannst du ja, ich kann erzählen sowas. Schon wieder das ganze Inventar, ey. Ich fahre jetzt immer zu dem, Mann. Ey, du hast ein Schwert eingesammelt. Okay, ein Team ist schon mal weg. Die Eltern müssten jetzt auch weg sein. Da steht ein Blauer. Lass ihn doch mal stehen, lass ihn mal sein Leben weiterleben. Der baut den Weg. Ja, okay, bau halt den Weg ab. Das soll mir recht sein, weil... So, so nicht. Kann ich mich besser... Ja, okay. Da rennt ein Blauer. Da rennt ein Blauer. Kann ich mich equippen? Oh, unser Bett mal ein bisschen besser eigentlich, würde ich mal sagen. Jo. Äh, was war denn das? Ich habe auch das Geisterhand. Oh, ich habe vergessen, die Wolken auszustellen, Alter. Oh, nee. Da hast du gedacht, das sind Geister. Ja. Nein, ich habe gedacht, das ist ein Scheiß. Ich habe keine Brustplatte. Hast du vielleicht Eisen oder so? Naja, ich mache schon eine, warte. Wenn wir uns gönnen, gönnen wir uns direkt das Beste, oder? Ja, ja. Blau schaffen wir schon irgendwie. Also sind ja die einzigen... Oh, die haben die Mitte. Da steht die Introsi mit dem Boden. Die zieht mir zwei Herzrat ab, klar. Die ist ein Bogen, ey. Der OP. Oh, das schießt auf mich, der Topf. Mensch, mir rather weg, lieber. Schlampenkind. Ich war machassig. Butermal kommen hier. Schlampenkind. um im Tor schade für den Leben und nicht schießt die hier schon hin nachkommen sie haben auch lassen doch gleich noch nicht da was sie hier stehen in der Welt aber irgendwie habe ich das Gefühl die machen mit Rotin und sind ja und stimmt ja er hat ja wie er die Einzelne er hat vor allem okay das ist das ist ja zweiter 15 bald kommt 2016 ich glaube damit schon mehr leben ja trifft genau durch eine lücke kette kennt ihr aus mit Ritzenpflücker mit viel kennt ihr aus mit so Ritzen schießen das machen wir mal zu Hause mit Gangbang Kinder Nein weil jetzt zu mir so kommt dann immer durch mit einem kleinen Schlitzpiepe da in na lustig weil man kann ich bin Bunkerloch die haben wir werden muss wir haben jetzt die Mütter und die werden sich jetzt so hoch gequippen gut nur sagen wenn die Prozent übernimmt mit machen die Kinder Händchen Händchen oder m und ich kann mit den Kacki ein die Garni aber mit so einem Lappen muss ich gar nicht schreien, weil das habe ich echt nie nötig, so was ich habe ein Eisenschwert, ich bin auch der beste Kripp sehe ich gerade na denn, ruft da oder? ne ne, warte bis die kommen die haben einen Bogen, das ist die Scheiße ja ich hab doch auch einen ich bin voll Kripp, Mensch ich war von der Base, wo du alles gemacht hast das Opfer kommt, das Opfer kommt ja lass doch kommen ich würde da jetzt fett runter ballern, Alter jetzt, genau jetzt du wartest nur noch 10 Jahre schieß doch weiter verreck und jetzt diesen Bastard da und dann hinterher die haben den Weg ja abgebaut, die Huren weg, weg scheiß Baust aber, aber du aber du, warte, da schreibe ich das das musste jetzt mal, also da kann ich echt nie wieder, ne danke probier mit, ob du den Weg bauen kannst also, man sieht schon Spieler, die über andere sich beschweren, aber selbst nicht besser sind sowas mag ich ja also, so ne kleinen Kinder sorry, aber aber wenn man oft Gommes spielt, ist das halt normal weil hier spielen nur so ne kleinen abgefuckten Nigger Kinder deswegen, sorry aber deswegen nochmal liebe Grüße an dich, Dani ähm Nein, Dani falls du das Video sehen sollst, das soll nur als Spaß dienen, also nimm's nicht für ernst, aber er nimmt sowieso nichts für ernst er lacht sowieso über jeden Scheiß, also dankeschön ich treffe dich nie mal ne, also die Runde wird jetzt hier ne, ich zieh die Typen eineinhalb Klazen ab Long, schick' mal kurz Jan, bitte, bitte nicht, ähm bitte mal nicht aufnehmen, das ist mein Zeug ne, nimm haltig oh, oh lol, hab ich aus Versehen die Rüstung genommen, aber jetzt spawnt weg jetzt spawnt weg ich hab's lieber aufgenommen, ich bin spawnt sonst weg der Scheiß hier oder warte mal, ich kann nicht nein wow, warte fack, warte fack, warte fack warte fack, warte fack, helfer ich bin wo ist denn diese Schlampe Mensch auf die Sophias, die explodieren, Jan, hau auf gib mir die Sachen, Jan ich hab zum Glück hab ich deine Sachen gesammelt also so ne Lappen jetzt schicken die schon Schafe vor weil sie zu schlecht sind zum Spielen so ne, so ne Pussis gleichkotzen, gleichkotzen, gleichkotzen die Wichser war? also so was, ne, also so was kann echt keiner zählen so ne, so ne, so ne kleine die haben die Mitte ist das Problem komm wieder, komm wieder, schick wieder Schafe das sind Lappen was so was, ich baue jetzt das ganze Ding hier, die ganze Wand hier zu das ist mit so groß, alter kannst hier wohl ein Dach kannst du hier irgendwo rein wichsen, wa? ekelhaftet Biest wie eilig so ne, so ne Menschen kommt der andere Ohr noch hier drin und eine Spitzhacke sehe ich gerade das bitte auch nicht, dass du verrückst das hat mir irgendwie ein bisschen genervt musste weg, das muss der weg, das abschauen ne, also die Runde ja, jetzt baut der da ne, also sorry, die Runde wird nischt der hat nen Goldapfel nein der hat den, woher bist du gegangen? hau ab, hau ab, hau ab was werfen die denn überhaupt so einen ganzen Scheiß ja, der hat die ganze Base 18 Gold hat er sich gegönnt ich baue jetzt hier zu, ist mir so Wurst unser Bett wurde weggesprengt ja, bau das mal zu, ich baue hier die Wand zu ne, also so'n, 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 so'n kleinen Neger-Kindern da die kann sich echt erhängen oder so was brauch ich hier ne, den bau ich hier noch als Weg damit ich hier irgendwie ne, ich muss ja hier irgendwie unser Ding schützen hä? na klar aimboard pur, sag ich nur boah, was will der denn die, die, die ist halt Sophias so wat, was da hinten sich verkriegt boah, woop, 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 woop mach gleich Bum da und schon wieder, ey, die sind dumm die sind langweilig, sind die langweilig, also so wat so wat, so wat, müsste auch hier bannt werden ne so wat langweilige ich baue doch eh wieder die Mauer zu hier, was röst hier denn? Und nicht Pussys Lappen vorschicken die schicken Schafe vor, weil sie letztens nicht auf der Reihe kriegen Ich baue doch eh mal die Mauer hier zu Oh, jetzt haben die beiden Wurm, der andere knüpft sich natürlich richtig hart Nee, also, wie lange die Runde noch jeden soll Ja, wenn, dann sagen wir schon mal Na, oh, verdammt knapp, Alter Ich weiß nicht, wie die mich da treffen immer, also ich verstehe Die haben so auch aufgesprengt alles Nochmal, hau ab, hau ab Ja, ich baue diese Dinge... Wie viele Gold haben denn die? Die sind Lappen Ja, die haben die ganze Mitte, man Ja, 18 Gold kostet so ein Ding übrigens, ja Treffen sollte gelernt sein, du dummes Vieh Dafür bin ich mit diesem Scheiß nicht Aber, ich reg mich da nicht auf, weil, ähm... So eine Kinder werden in der Schule immer geschlagen Und, äh, sowas unterstütze ich auch nicht Die freuen sich halt, wenn sie im Minecraft mal andere Spieler, äh, nerven oder so Mit irgendeiner Scheiße Weil, äh, in der Schule kriegen sie immer aufs Maul und... Da ist der schon Ja, lass ihn, lass ihn kommen Ne, er kommt jetzt von einer anderen Richtung Wenn wir den tot haben, dann... Denn, den Köpfen war das Mädchen, äh, dann ist es soweit Dann schlachte ich die Sau Hau ab da, der macht... Du bist nur... Helf mir Pascal Ja Geh doch auf den los, der hat nicht mehr viel Leben Geh auf den rauf oder so Los, Pascal Geh auf ihn rauf Jetzt spawn doch mal Na klar Na, oh man, ey Ja Das sind Hacks of Doom Das sind Hacks of Doom, sag ich nur, okay Gut Leute, das war's Ähm, wir werden diese Spieler jetzt noch bannen, weil, ähm... So eine Aimboard of Pur, Leute, machen wir nicht und, äh... Die sollten sich halt nicht wundern, wenn sie geschlagen werden in der Schule Also Leute, wir sehen uns, bis dann und ciao Tschüss Dieų Da Da genau D Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.